Hallo und herzlich willkommen beim neuen weiteren Video der Formato-Gesellschaft. Viele von euch fragen sich ja immer wieder in vielen unserer Videos, was ist denn eigentlich mit den Autos hinter dem Haus? Was macht ihr denn damit? Was soll denn damit passieren? Warum stehen die so lange rum? Das sind halt so die Liebschaften, die sich bei uns angesammelt haben oder Autos, die irgendwo auf Deutsch gesagt mehr oder weniger stehen geblieben sind, wo wir jetzt als Gebrauchtwagenhändler Vermarktungsschwierigkeiten eher haben, weil wir sowas an Endkunden verkaufen müssten, im Regelfall dann Gewährleistungen geben müssten und so weiter und so fort. Deswegen arbeiten wir mit Leuten zusammen, die hin und wieder hierher kommen, mit denen wir schon seit Jahren zusammenarbeiten, mit denen wir gemeinsam Geschäfte machen. Und heute ist dieser jemand mal da, das ist nämlich der George. George, du kannst uns kurz vorstellen, das ist der George von George Automobile, der sitzt hier quasi von uns gefühlt drei Kilometer Luftlinie. Wichtig. Genau, und du machst ja Export viel, ne? Wir machen 90 Prozent Export, ja. Genau, also hat er seine Beziehung, seine Kontakte, er kauft bei uns was auf und schiebt das dann ein paar Wochen später oder manchmal direkt just in time einfach an den nächsten. Jetzt habe ich mir einen Entschluss gefasst, jetzt habe ich gesagt, das räumen wir hier mal auf. Jetzt soll ich hier eben mal die Autos weg und jetzt gucken wir mal, wie wir hier zusammenkommen können. Der George hat sich das vorher mal ein bisschen angeguckt. Der George ist noch ein bisschen schüchtern, der ist ja nie jeden Tag vor der Kamera. Obwohl du viel mit Instagram machst, das machst du schon sehr, sehr gut. Ja, aber ich bin vor der Kamera ein bisschen schüchtern, der ist nicht so schlimm. Das ist, man ist es ja nicht gewohnt, wenn da so ein Ding auf einen gerichtet wird und man soll irgendwas erzählen. Das ist nicht so einfach. So, also habt ein bisschen nachsehen. So, wir gehen mal gucken, was wir so haben und was hast du früher im Libanon gemacht? Warst du auch schon Autohändler oder was hast du da gemacht? War ich in Katar und ich war in mehreren Ländern. Aber nein, mit Autos hatte ich. Kam erst hier? Ja, hier. Ich liebe Autos eigentlich. Ich mache das gerne mit Autos. Und ich bin irgendwie durch meine Umgebung, weil viele Libanesen sind hier und die machen so Autohandy. Und da bist du irgendwie reingerutscht? Irgendwie bin ich auch reingerutscht. Okay, super. Ich mache das gerne. Ich liebe Autos und es hat gepasst. Ja, du bist ja schon ein paar Jahre, wir machen ja schon so ein paar Jahre immer wieder zusammen, so drei, vier Jahre bestimmt schon. Ich bin seit 2018 sozusagen. Hier vorne, wie lange bist du jetzt hier vorne? Nein, hier bin ich seit zwei Jahren. Seit zwei Jahren, ne? Vorher war ich in Dresden. Ja. Dann bin ich hier gelandet. Machst du schon immer alleine oder hast du auch einen Partner? Nein, alleine mache ich. Alles alleine. Alleine. Okay. Ja, das fand ich mal besser, ne? Ja. Musst du mit keinem diskutieren. So, es geht heute. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so denkt. Was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Das ist ein Skoda Octavia 2.0 TFSI. Richtig. Mit 200 PS. Der hat irgendwie die lustige Angewohnheit, wenn der warm ist, geht der irgendwann aus. Okay. Der geht dann aber wieder an. Keiner weiß warum. Haben manche schon mal in die Kommentare geschrieben, irgendeine Pumpe, Unterdruck, Spritpumpe oder irgend so ein Käse, das setzt dann aus, ich weiß es nicht genau. Also wir haben, um ehrlich zu sein, das Uni weiter geprüft. Okay. Er fährt, lenkt, bremst, bis zu einem gewissen Punkt und dann geht er aus. Das Radiofeld hast du ja gesehen, da liegt aber irgendeins im Auto drinnen, ne? Mhm. Da muss hier irgendwo eins im Kofferraum noch liegen. Ich weiß nicht, ob du das entdeckt hast, ne? So, das Ding ist ein SEA Toledo. Ja, geht nicht viel dazu zu sagen eigentlich. Ist glaube ich ein 1.6er oder 1.8er, ich bin mir gar nicht sicher. 1.6er, 100 PS? Ja. Ja, okay. Der hier, da hat sich jetzt jemand, den hat jemand gekauft. Ja. Der ist irgendwie weggegangen jetzt. So, es soll unser Touran weg, der läuft jetzt ja. Die A-Klasse kann mit weg, das ist ein 3.50er, da habe ich ja gesagt, da leuchtet die MKL. Okay. Aber erfährt man mal. Ausgelesen hat man den, glaube ich, nicht. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Der Cayenne kann weg. Und der auch funktioniert, ja. Der hat auch mal, der hat auch die Motor-Kontrollleuchte geleuchtet. Der fuhr auch normal, aber was da genau jetzt kaputt war, kann ich jetzt nicht mehr sagen, um ehrlich zu sein. Aber er steht schon drei Jahre. Drei Jahre? Ja, zwei oder drei Jahre. Also Minimum zwei. 5.25i, ich glaube, das ist ein 98er oder sowas. Ja, ich würde mal sagen 98, 99, irgend sowas, oder 97. Fabia mit Klima, ich glaube, das ist ein 1.4er. 75 PS, siehst du das selber, ne. 150 hat der, glaube ich, runter, der hier über 200. Was haben wir noch? Und den dann auf der andere Seite? Drei 28 haben wir noch. M3, weißt du nicht, ob das was für dich ist? Der hat ein Problem, das wissen wir aber nicht genau. Mit Getriebe, oder? Genau, da ist die Vakuumpumpe wahrscheinlich kaputt. Wahrscheinlich. Also man weiß es nicht, 100%. Und dann haben wir noch ML280CDI. Hab ich schon angeguckt. Hast du angeguckt, ne. So, jetzt wäre eben die Frage, wir können ja offen reden, ich weiß nicht, ist das für die Preise, wollen wir das lieber rauslassen? Das ist ja ein Paket. Wir reden jetzt nicht über Einzelpreise, sondern wir reden über ein Paket. Was denkst du, was wäre für dich eine Zahl, wo du sagst, da mit allen zusammen, also der M3, Turan, R-Klasse, Cayenne, Fabia, Ach, der E500 haben wir vergessen. Der weiße, kommt weg das Ding. Also das wären, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Elf Stück. Ich weiß, dass du anders kalkulierst, als ich das mache. Naja, ich wäre jetzt so bei 69 alles zusammen. 69. Hm, elf Autos. Wenn man sich das mal aufs Auto runterhält, gut, klar, das ist jetzt nicht der Hit. Was es teuer macht, ist natürlich der M3, das Cabrio. Ohne M3. Ohne M3. 54. 54. Gut, muss ich durchrechnen. Ja. Wenn ich das... 54. Mhm. Muss ich... Muss ich kurz nach Luft holen. Das V8 Maschine, ja? Ja, V8. Das kriegt man hier Export. 4,8 Liter, ne? Das muss man hier wieder verkaufen, weil Export nehmen die das nicht. Ne, ne? Zu viel Steuern, ne? Ja, ja. V8 nehmen die nicht. Und dort ist Diesel, ja? Benzin. Benzin. 350er. R-Klasse. Okay. Und hat runter auch so irgendwas um die 150, 160, sowas. Ging noch. War noch nicht so viel. Genau, E-Klasse da vorne hat Steuer. Das ist ein 500er. Mhm. W12. Und der ML vorne auf dem Platz noch. Und dann halt die Büxen hier, die hier rumstehen, ne? Das ist eher so Kleinscheiß. Wahrscheinlich sind die Dinger hier zu teuer, oder? Cayenne und so. Da hast du wahrscheinlich keinen Bock drauf, oder? Lieber... Kann man auch rausnehmen. Ja. Kann man rausnehmen, ja. Ja gut, ohne Cayenne wird's billig. Besser. Weil sowieso geht nicht exportiert. Niemand will das haben. Mhm. Also 34,5. 34,5. 34,5, ja. Ja, die haben wir irgendwann mal zu teuer gekriegt. Und müssen wir mal gucken, was wir damit machen. Eigentlich nicht viel Geld. Und zwar nicht für so eine Karre, wenn er Pferdlenk bremst eigentlich am Ende des Tages. Weil er hat noch nicht viel runter. Ach. Mal gucken, was bei rauskommt. Ob ich gleich heule. Oder und den Boden versinke. Übrigens haben wir gerade in Zahlung genommen. A6, 4F, Aurod. Selten. Selten mittlerweile. 3 Liter Diesel. Sehr selten. Aber L-Klassik geht. Die ist beliebt in Ausnahmen. Ja. In weiß mit Steuer. Das geht. Das denke ich auch. Gibt das im Fall Expo Steuer? Ja, ja. Das juckt. 19%. Kannst du uns bei viel wiederholen. Oder eben gleich netto kaufen, wenn du dann eine Firma hast und es nachweisen kannst. Dann ist das schon okay. Jetzt, was ich schnell so gerechnet habe. Verkauf, Exportpreise bin ich um die 25. 25? Hm. Okay, pass auf. Wo siehst du den? Wir fangen mal doch anders rum an. Wo siehst du den am Ende des Tages? Also das ist ein Fabia 1,4er. Das hier 1.000. 1.000. Hier 2.000. Verkauf. Wir reden von Verkauf. Verkauf? Ja, weil 300.000 gelaufen hier. Hat der 300, ja? 280. Gut. Okay. Also 300. Gut, der ist wirklich nicht mehr der Schönste. Okay. Und bei Skoda hat 150.000, aber… Ja. Hat Klima. Hat Klima. Funktioniert nicht. Funktioniert nicht, gut. Gut. Ja, nein. Nein. Gut, scheiße. Am Ende des Tages, was soll ich bringen? Also, was würdest du geben dafür? Also ich muss wissen, was du verkaufst. Wie du es verkaufst, geht mich ja nichts an. Ich muss nur wissen, was du mir gibst. Was ich dir gebe? Okay. 500 bis 700 Euro hier bei Skoda. Was würdest du für die beiden geben? Zusammen? Ja. Wir haben immer anders gemacht. Du hast mir einen Preis und dann habe ich… Okay, pass auf, ich sag dir jetzt was. Jetzt geht die Fascherei los, ne? Also, für den brauche ich wenigstens 1000 Euro. Für den da. Für den hier brauche ich 1,5. Okay. Also 2,5 die beiden. Muss ich gucken, die Papiere dann, ob das Ding hat TÜV. Wenn ja, TÜV dran, bei beides dann ja, kann ich machen. Ja, okay, gut. Der ist raus. Was ist mit dem? Der 150, 155, 160 irgendwo in der Dreh. L-Klasse habe ich noch nie gehabt, aber… Ist eigentlich ein liebstes Auto. Also, ganz ehrlich, wenn ich den jetzt ins Netz stelle, für den 9,9, denke ich, geht er recht schnell weg. Aber, Gewährleistungsthematik wieder, ne? Das kann so sein, der geht ins Ausland. Das weiß ich nicht. Kann ich nicht einschätzen. Wir haben nie aufgekriegt. Der Automechaniker macht das. Der hast du nicht aufgekriegt? Hast du einen Schlüssel hier? Äh, hab ich wieder… Schau mal schon, die Schlüssel. Mal gucken, ob wir ihn aufkriegen. Das ist der Klassiker bei diesen Scheißdingern. Nicht traurig sein, Leute. Das Video geht gleich weiter. Nur kurze Werbung in unserer eigenen Sache. Und zwar kaufen wir seit geraumer Zeit eure Autos auf aus der Community. Vielen lieben Dank für die zahlreichen Zusendungen. Wenn ihr Fahrzeuge zum Verkaufen habt oder jemanden kennt, der eins verkaufen möchte, dann kann er das hier auf einem relativ entspannten Weg tun. Schickt uns einfach per WhatsApp hier auf diese Nummer. Bekommt ihr für mich relativ zeitnah eine Rückmeldung. Ich brauche von euch einen Kilometerstand, eine Fahrgestellnummer, ein paar Bilder, kurz paar Details zum Fahrzeug und eine Preisverstellung. Und wir kaufen noch bis 90.000 Kilometer roundabout. Kauf mal auf. Mehr geht leider gewährleistungstechnisch nicht mehr. Hab Verständnis dafür. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich bin jetzt an der Stelle raus. Viel Spaß mit dem Video. Ciao. Das ist genau das, was ich bei Mercedes so liebe. Das ist einfach der Traum eines jeden Mercedes Fahrers. Normalerweise gibt es den Trick, du musst dann quasi drehen und ziehen, bis so ein Widerstand da ist und dann kannst du den Pin hochdrücken. Über die Heckklappe das nochmal versuchen, ob da vielleicht was geht. Ansonsten entweder hier versuchen zu knacken oder was wir auch schon gemacht haben, weil es schnell gehen musste. Bruch, da war die Scheibe schrott. Ne, hier auch nicht. Der hat keinen? Ne, da habe ich schon vorher alles probiert. Was ist das denn hier? Ist dahinter kein Schloss hier? Ne, das ist nur die Kamera. Du musst mir echt sagen, das ist das einzige Schloss an dem Auto. Geil, also ich habe übrigens mal geguckt, der hat 168.000 runter. Okay, so bis 3.000 hier kann ich mitmachen. Bis 3.000, okay. Das wird nichts. Da müssen wir uns dann doch noch was einlassen mit dem Auto. Machst du mit meinem schönen Highline-Touran? Ja. Was kannst du? 1500. 1500. Ja, komm dir mit jetzt die Karre. Reicht das? Ja, Julian, komm jetzt aufzuheulen. Weg das Ding jetzt. Ich kann das. So, hier waren wir ja, ne, das war nichts. Wie ist hier? Kilometer stand hier bei dem? 120 ungefähr. 120. Da waren hier so eine komischen, hier, der kommt aus Japan. Und da haben die hier so komische Winterbeißer dran. Und was denkst du? Was ich denke? Ja. Was ich brauche? 85 brutto, also mit Steuer, die ist inklusive. Dann lassen wir auch. Gut. Lassen wir auch, gut. Toledo. 500. 500, warte mal ganz kurz. 700. Okay. Gut. Octavia. 1700. 18. 2000. Da brauche ich eigentlich 2,5. 2,3. 2,4. Bei Touran habe ich ein bisschen mehr angegeben. Ja, das sicher. Und ich habe bei Seat ein bisschen weniger gegeben. Von der Kamera, jetzt bin ich ein bisschen mehr. Also wie viel gibst du? 2,4. Mach 2,4. 2,7 Verkaufspreis bei dem Export. Ach komm, hör auf. Das letzte Mal habe ich einen bekommen von dir. 2,7 oder 2,8 habe ich verkauft. Schwarz gewesen. Ja komm, 2,3. Komm, scheiß drauf. 3,28 habe ich noch. Und ML. Da gehen wir mal gucken. Wo stehen die vorne, ne? Weil die Exportkunden, die interessieren sich nicht, wenn 120, 130. Hier in Deutschland geht es anders. Wieso? Was wollen die? Die wollen 220.000 haben oder was? Lieber 300.000 drauf, aber für wenig Geld. Aha, okay. Ja gut, weil dann halbe Kilometer in Libanon so ungefähr. Sowieso dort drehen die. Das Ding ist dann also bis Libanon rückwärts gefahren. Und dann passt es mit den Kilometer wieder. 2,80 CDI. Hat offensichtlich... Kleines Navi hat er, voll Leder. Sieht aus, als hätte er 10.000. Ja. Dauerläufer, 220 glaube ich runter, ne? Was brauchst du bei dem? Ein 10er? Das ist auch nicht. Auch nicht? Was kannst du geben für sowas? 2006 oder ja... 5, denke ich. 5, okay, das wird dann leider auch nichts. Was ist mit unserem Rennwagen hier? 3,28i, das ist eigentlich das Highlight auf dem Platz. Handgeschalten Heckantrieb, Junge. Das ist es. Der sieht noch nicht mal so schlecht aus. Bisschen Rost an der Heckklappe. Und 300.000 hat er schon. Hat er 300 runter? Ja, das kann sein. Der hat 4 runter. Aber gute Maschine läuft, ne? Die laufen. Die laufen. Ja, das sind gute Autos. 193 PS. Mit Xenon und Sportsitzen. So ein schönes Auto. Ne? Der hat sogar Leder. Ey, Alter! Leder! Und was brauchst du? Also ganz ohne Scheiß, ich habe 2.000 bezahlt. Ja, wirklich ohne Scheiß. 2 Mülle. 1.000, sorry, kann ich das geben. Weiß ich nicht. Aber es war jetzt zu viel für das Auto. Wieso? Das ist 3,28. Aber nur 300.000. Und? Läuft nochmal 300.000. Denkst du nicht? Also ich glaube schon. Ein bisschen Liebe läuft nochmal 300.000. So schlecht sieht der. Der hat noch nicht mal so viel Rost, Alter. Wenn du mal guckst. Die Rathäuser gehen eigentlich. Nur die Heckklappe sieht beschissen aus. Auch die Türen gehen eigentlich. Ich finde das gar nicht so schlecht. Das einzige, was beschissen aussieht, ist die Heckklappe hier. Geht eigentlich. So überlegen. Für 2 Mülle. Eigentlich eine geile Schleuderbude. Findest du nicht? Alter, wir müssen mal überlegen. Wir haben die Autos mal verkauft für 20.000. Und? Damals? Das war gefühlt, letzte Woche war das gefühlt. Soll bin ich nämlich noch gar nicht. Guck ich dann den Brief, ob das noch TÜV hat? Oder ob ich irgendwie... Ich glaube, das ist, ich weiß nicht, George. A8 4.2. Ich glaube 80 runter. Langversion. 80.000. Ne, das ist nicht für mich. Gut. Muss 800.000 haben. Ja, genau. Das ist super, kann rückwärts fahren. 100.000 Kilometer bis in den Libanon. Perfekt. Nächstes Mal ohne Scheiß. Also kannst du mal überlegen. Also haben wir jetzt... Wir haben Turan für 1.5, ne? Richtig, ja. Toledo 700. Octavia 2.3. Fabia für 1.000, ne? Muss ich schauen, Papiere. Musst du schauen, Papiere, okay. Und 5.25 haben wir gesagt, 1.5, ne? Jo. Ja. Muss ich gucken, Papiere. Gut, dann guckst du noch schnell in die Papiere. Dann sagst du mir, jo, das machen wir alles. Das ist super. Okay. Und dann kaufst du noch den E46 für 2. Ich hätte das andersrum angehen müssen. Mit den anderen Buden müssen wir dann eben mal gucken, was wir damit machen. Ich bin froh, dass der mal wieder da ist. Junge, aber der Stefan, ich freue mich, wenn er den mal... Guck mal, die Seite ist wieder gerade. Ah, herrlich. So, ich freue mich schon. So, der George und ich, wir gucken jetzt noch in die Unterlagen rein. Und ihr könnt mal in die Kommentare gerne uns eure Meinung zuteilwerden lassen, was ihr für welches Auto wie gesehen hättet im EK oder im VK. Das ist heute das erste Mal, dass wir offen über Preise gesprochen haben. Da könnt ihr halt mal richtig dabei sein, wie als Vertikors dieses Moichsiem was zugehört hat. So, wir gucken jetzt noch kurz in die Unterlagen rein. Ich denke, das wird hoffentlich passen. Hoffentlich auch. Hat bestimmt alles. Hoffentlich auch. Und wenn ihr da noch mehr Lust habt, noch mehr von den Sachen zu sehen, dann lasst uns das gerne wissen in den Kommentaren. Und besucht mal den George, seinen Instagram-Kanal. Blenden wir euch jetzt mal hier ein, wie der heißt. Und da macht ihr immer ganz lustige Shorts und Reels und was nicht alles heißt. Ja. Gibt es dir da echt Mühe. Muss man wirklich mal sagen. Macht nie jeder. Genau. An der Stelle sagen wir mal Tschüss. Tschüss. Bis bald. Das nächste Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.